Bonbon, du kannst deine Maske ruhig ausziehen. Wir sind nur zu zweit. Na gut, hallo. Ich bin Bonbon und mir ist voll langweilig. Aber Bonbon, warum ist dir denn so langweilig? Lockdown, zuhause sitzen, nix tun. Ich finde das überhaupt nicht schlimm. Ich finde die viele Freizeit total toll. Ich kann Filme machen und ich kann chillen und ich kann lesen manchmal, wenn ich Bock habe. Ich kann rausgehen, spazieren, immer spazieren, spazieren, spazieren. Wir könnten zum Beispiel zaubern mit dem neuen Zauberstab. Langweilig. Oh, Musik machen? Langweilig. Langweilig. Ja, wir können Nase-Nase machen. So. Toll. Wir können Hand-Hand machen. Dein Bauch kraulen. Ja. Hier noch ein bisschen. Ja, das ist auch gar nicht so schlecht. Okay, ja. Das nehme ich. Ich finde es eigentlich nicht so schlimm. Ich mache das Beste draus. Ja. Okay. Da mache ich dann mal mit. Bonbon und ich machen das Beste draus. Ja. Mach doch auch mit. Tschüss. Tschüss.